Hi Leute, heute geht es um die einzigen zwei Möglichkeiten, die einzigen zwei Optionen, die du in deinem Leben hast. Okay, und zwar, mir ist neulich mal auch in der Zusammenarbeit jetzt immer mehr noch aufgefallen. Ich habe mir nämlich überlegt, wie kann ich das ganz einfach runterbrechen? Welche Optionen hat man im Leben, vor allem auch wenn man zum Beispiel gesundheitliche Probleme hat, irgendwelche chronischen Schmerzen hat, Hautprobleme oder dann eben was die Psyche anbelangt, die innere Einstellung einfach nicht zufrieden ist, teilweise depressiven Phasen hat, Depressionen oder einfach irgendwelche Ängste, Zweifel da sind oder du einfach nicht so glücklich bist oder du fühlst dich. Einfach nicht, als würdest du wirklich dein eigenes Leben führen, als würdest du selbst von innen her aus das Leben, was du wirklich leben möchtest. Und gerade wenn du vor solchen Herausforderungen stehst und vielleicht auch merkst, wenn du in der Gesellschaft mal beobachtest, hey, es gibt Leute, da tauchen irgendwann gesundheitliche Probleme zum Beispiel auch, vielleicht auch schon mit 20, 30 oder mit 40, dann größere Probleme. Und was wird dann gemacht häufig? Es wird die Fassade angeschaut und man nimmt irgendwelche Pillen und denkt vielleicht, die helfen. Und die helfen auch, um das Symptom loszubekommen, kurzzeitig. Aber dann, wenn man mal ehrlich zu sich selber ist und mal in unserer Gesellschaft beobachtet, dann sieht man, dass irgendwie andere Probleme immer weiter auftauchen. Und im Grunde hast du in deinem Leben immer nur zwei Optionen, um jetzt zu diesen Optionen zu kommen. Also, also, entweder, ich mache das doch mal schwarz, also, Optionen, so, du hast die erste Option und du hast die zweite Option, so, erstens und zweitens. Okay, und die erste Möglichkeit ist jetzt wirklich, du, was die meisten in unserer Gesellschaft machen und das ist sehr schade zu beobachten. Und bei vielen ist es aber auch einfach die Unwissenheit. Aber im Grunde gibt es entweder die Option, wenn du jetzt krank bist, irgendwelche Probleme hast, dich einfach nicht so wohlfühlst, einfach nicht so im Saft stehst, wie du gerne hättest und dass nicht dieses Leuchten in den Augen immer mehr kommt und diese Zufriedenheit von innen heraus. So, wenn du das nicht hast, dann schaust du vermutlich einfach auf die Fassade. So, du schaust einfach auf die Fassade, du schaust auf die Symptome, das heißt, du hast irgendeine Krankheit, du fühlst dich unwohl, du hast zum Beispiel Hautprobleme. So, du schaust jetzt auf die Fassade, die Hautprobleme ist da, was machst du? Schmierst irgendeine Creme drauf, nimmst Cortison. Ist ja auch normal, man wusste ja nicht, was die Lösung ist. Das ist das, was jeder in unserer Gesellschaft macht und ich kann das gut nachvollziehen. Und ich bin anfangs auch häufig in solche Pfeilen getappt, aber im Grunde, wenn man mal schaut, ist es nur die Fassade behandelt. Die Ursache liegt viel tiefer, sie liegt viel tiefer. Und dann schmierst du zum Beispiel, ich habe jetzt mit jemandem zusammengearbeitet und es ist super schön zu sehen, wie sich das entwickelt. Jemand hatte 20 Jahre Cortison benutzt, Hautprobleme, Neurodermitis gehabt und 20 Jahre drauf geschmiert. So, beziehungsweise 20 Jahre Cortison genommen und ja, das ist dann so die Fassade behandeln. Und dann wird die Haut auch eine Zeit lang mal kurz besser. Oder auch wenn du irgendwie Depressionen hast, dann nimmst du Antidepressiva, dann geht das auch eine Zeit lang. Dann brauchst du aber wieder was anderes, weil das funktioniert immer nur eine Zeit lang, weil das ist immer nur in der Drückung. Eigentlich will der Körper das alles raus haben und die Ursache ist nie behoben. Es ist wie wenn du einen Wasserrohrbruch hast in deinem Haus und du wischt immer nur auf, du wischt immer nur auf, probierst immer nur das Wasser wegzubekommen, aber du weißt gar nicht, woher die Ursache ist, was da eigentlich da ist. Und die zweite Option ist der Blick hinter die Fassade. Zweite Option ist der Blick hinter die Fassade. Also es gibt im Grunde nur diese zwei Möglichkeiten. Bewegst du dich dahin, dass du einfach dann so weitermachst, einmal nur die Symptome bekämpfst. Oder gehst du dahin und schaust mal hinter die Fassade oder unter die Motorhaube bei deinem Auto. Du machst auch mal die Haube auf und schaust da wirklich rein und schaust, was die eigentliche Ursache ist. Und löst das Ganze mal wirklich. Und dazu muss man sich aber auch einiges eingestehen. Und ich kann nachvollziehen, dass es vielleicht angenehm und bequem ist. Aber das ist halt die Frage. Was möchtest du? Möchtest du jetzt irgendwas draufschmieren? Es ist nie eine Lösung. Dem muss man sich klar werden. Es ist immer nur eine vorübergehende Maßnahme. Natürlich kann man irgendwo mal Symptome bekämpfen. Natürlich muss man irgendwo auch mal das Wasser aufwischen bei einem Wasserrohrbruch. Aber auf Dauer, was machst du? Schaust du auch mal hinter die Fassade, schaust, was die Ursachen sind, stellst erst mal das Wasser ab und reparierst dann wirklich den Rohrbruch. Und probierst nicht, das irgendwie auf Zwang da ständig irgendwas aufzuwischen, aber die Ursache nicht abstellen. Und dabei gibt es natürlich auch einiges zu beachten. Aber es ist wunderschön zu sehen, was sich dann doch entwickeln kann, wenn man das dann wirklich angeht. Und der Punkt ist häufig, ich tue mir häufig auch schwer, weil am Anfang ist ja vielen gar nicht klar, was ist überhaupt da. Man gesteht sich es ja oft nicht ein. Also ich habe es auch mir lange Zeit eben nicht eingestanden. Irgendwann bin ich eben draufgekommen. Und es ist ja auch wirklich ein Prozess, ein Transformationsprozess, der nicht aufhört. Im Grunde ist es immer so, bewegst du dich zu auf eine Lüge und behandelst nur Symptome oder gehst du hin und möchtest wirklich wissen, wie es funktioniert. Und die Wahrheit ist vielleicht im ersten Moment nicht immer schön. Das ist wie, wenn man dann einem kleinen Kind erzählt, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Aber sie ist eben wahr. Und wenn man sie dann mal verkraftet und wenn man sie dann mal wirklich ernsthaft anschaut, dann sieht man, wie wunderschön es eigentlich ist. Und man bewegt sich immer mehr auf Wahrheit und hinzu und immer mehr dahin auf einen optimalen Gesundheitszustand. Das ist die Möglichkeiten, die man hat. Warum gehe ich jetzt auf diesen Wahrheit-Aspekt so ein? Das ist folgender Grund, weil diese Verbindung mal zu schlagen. Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen anstrengend, mal aus einer Komfortzone rauszugehen. Das ist ja so, wie wenn du dich mal eigentlich merkst, hey, Bewegung wird mir gut tun. Aber du hast eben deine alten Muster, hast deine Gewohnheiten, die du geschaffen hast. Und du kannst einfach nicht diese, ich nenne es mal, Aktivierungsenergie aufbringen, um dann wirklich mal rauszugehen, eine Runde spazieren zu gehen. Auch wenn du wüsstest, du fühlst dich danach gut. Und das ist genau der Punkt. Deswegen ist es vielleicht unbequem im ersten Moment so eine Wahrheit, weil das auch heißt, dass man vielleicht was in seinem Leben verändern muss. Darf, kann, sollte, es kann eine Riesenentdeckung werden und ein Riesenabenteuer und man kann erst mal die vollen Möglichkeiten, die vollen Optionen ausschöpfen. Und die meisten sind sich gar nicht bewusst, was möglich ist. Die meisten benutzen ihren Körper, ihren Verstand, ihre Emotionen, ihre Energie. Wie wenn jemand ein Hightech-Flugzeug mit einem Schubkarren umherschiebt. Und das ist wirklich ein schönes Sinnbild. Ein Hightech-Flugzeug, die den Schubkarren benutzt, wo er Bauschutt drauf tut und dann nochmal darüber schiebt. Normalerweise kannst du ganz andere Sachen bewerkstelligen. Du kannst ganz anders aktiv sein. Dein Körper kann in einem ganz anderen Zustand sein. Alle Organe in diesem Körper und alle Teile sind eigentlich keine Verschleißteile. Das sind eigentlich alles Teile, die ein ganzes Leben lang halten. Aber heutzutage stirbt selten jemand. Einfach nur wegen Alterserscheinungen, sondern eigentlich zu 99%, 98%. Ich will jetzt keine genauen Zahlen angeben im Schnitt. Ich habe bis jetzt noch keinen kennengelernt in unserer Gesellschaft oder gesehen, der an des Alters wegen. Und nicht wegen irgendeinem Organversagen, Herzinfarkt oder sonstigen Problemchen gestorben ist. Heutzutage in unserer Gesellschaft ist es eigentlich normal, dass man aus den Gründen von der Welt tritt, was sehr schade ist und nicht sein muss. Und man kann eigentlich bis ans Ende seines Lebens sehr aktiv und fit sein. Was man auch beobachten kann bei Naturvölkern, was man feststellen kann, wenn man seinen Körper wieder selber in den Zustand bringt. Und das ist aber eine längere Reise. Die mag vielleicht im ersten Moment nicht angenehm sein, mag vielleicht heißen, dass man gewisse liebgewonnene Aktivitäten vielleicht mal beiseite lässt, aber dafür viel bessere Aktivitäten und viel bessere Routinen in seinen Alltag einbauen kann. Und dann passieren wirklich magische Dinge und man zieht erst mal hinter die Fassade. Weil, ja, vielen ist es eben nicht bewusst, dieser Blick hinter die Fassade. Und viele sagen dann, okay, eigentlich geht es mir doch ganz gut. Aber mal ehrlich, wenn man sich mal anschaut, zum Beispiel merkst du, wenn du die Ernährung umstellst, wenn du mal fastest, was eben auch mit der Psyche sehr verknüpft ist, und mit dem Körperlichen, wenn du mal fastest, dann siehst du, wie der Körper sich reinnimmt. Dann siehst du, was da hochkommt. Und das ist ein sehr guter Spiegel. Oder auch, wenn du mal in Stille bist, allein bist. Dann merkst du eigentlich, in was für einen Zustand du dich gebracht hast. Weil wenn du alleine nicht fröhlich bist, schau mal wirklich, wie gehst du durch die Straßen? Wie gehst du durch die Straßen, wenn du dich unbeobachtet fühlst? Wenn du einfach auf der Straße irgendwo im Wald läufst, keiner beobachtet dich, gehst du ganz gemütlich durch die Gegend, springst irgendwo auf den Stein, freust dich deines Lebens, bist völlig entspannt in dir? Oder ist dein Kopf sich am drehen und du kannst gar nicht wirklich richtig allein sein und bist nur hektisch? Dann bist du offensichtlich in schlechter Gesellschaft, wenn du allein bist. Mit dir selber. Und daran sieht man, wenn man irgendwo in der Gesellschaft ist, dann kann man immer noch ganz nett sagen, ja, meine Frau ist so anstrengend, mein Chef ist so anstrengend. Und immer sind die anderen ganz schön anstrengend. Aber wenn du dann mal allein bist und dir geht es schlecht, oder du kannst gar nicht allein sein, dann merkst du sehr schnell, dass du offensichtlich in der falschen Gesellschaft bist, wenn du allein bist. Anscheinend hältst du es mit dir selber hier nicht aus. Das ist der springende Punkt. Das ist eigentlich ein schöner Spiegel und da kannst du wirklich mal merken. Und das ist halt die Frage. Ich habe für mich irgendwann die Entscheidung getroffen, ich möchte mir selber nichts mehr vormachen. Weil am Ende kann ich natürlich so tun, als wären diese Dinge nicht da. Am Ende kann ich natürlich sagen, ah nee, der Motor, der läuft noch und kann die Haube zulassen beim Motor und sagen, okay, der läuft noch, der läuft noch. Aber irgendwann fliegt das Ding auseinander. Und wenn du dir mal ehrlich anschaust, in unserer Gesellschaft, manche Leute sagen, nee, passt alles, nee, Burnout, Quatsch. Und dann was passiert? Irgendwie mit 40, 50, komplett ausgenockt. Ja, aber der war doch immer so aktiv. Der war doch immer so gut drauf. Der war doch immer, ja, so lebendig. Der war doch immer, er hat doch auch gemocht, was er gemacht hat. Ja. Aber wenn du dich nicht in den Zustand bringst, innerlich und einfach immer wegschaust und andere Themen, die du vielleicht mal verarbeiten solltest, nicht angehst und die Wahrheit einfach ignorierst, dann kommen solche Dinge zustande. Und es ist nicht so, dass man das nicht hätte vorhersehen können. Auch bei jetzt den ganzen Krankheitsgeschichten, bei den psychischen Sachen. Wenn du das selber in dir verarbeitest, du entwickelst eine sehr genaue Sicht. Und ich habe mit Hunderten, über Tausend Leuten in den letzten Jahren zusammengearbeitet, die beobachtet genauestens. Ich habe mich selber vor allem beobachtet. Und wenn man die inneren Prozesse bei sich selber entdeckt, dann merkt man genau, in was für einem Zustand jemand ist. Von außen her. Du siehst Feinheiten. Wenn du mal die Klappe offen hattest von der Motorhaube und du genau weißt, was, warum passiert, dann merkst du auch, wenn irgendwo Öl rausläuft, dann weißt du genau, ah, okay. Das kommt da her. Und du siehst genauso an der Haut, du siehst an der Geometrie sogar. Das ist so fein. Du siehst an verschiedensten Punkten. Überall, wenn du jemanden in echt siehst, wirklich. Es geht auch noch mehr darum, was man dann direkt wahrnehmen kann. Auch eins zu eins. Siehst du direkt, was da eigentlich hinter der Fassade steht. Und das ist jetzt vielleicht einfach eine Behauptung, die ich mal aufstelle, aber mittlerweile ist es so, dass ich jemanden anschauen kann und ich kann dir sagen, okay, wenn er es jetzt so weitermacht wie jetzt, dann vielleicht fünf bis zehn Jahre und dann kriegt er einen Herzinfarkt. Oder fünf bis zehn Jahre und dann ist er nervlich am Ende. Also man kann das ganz klar vorher schon sagen. Und es sind keine Dinge, die nicht da sind, sondern es sind Dinge, die häufig einfach ignoriert werden. Und wenn du unsere Gesellschaft anschaust, dann siehst du, dass keiner mehr wegen Altersproblemen stirbt. Einfach nur des Alters wegen, wie es ganz normal sein sollte. Nee, Leute sterben wegen, weil sie ihr Auto kaputt gemacht haben, weil sie die Organe kaputt gemacht haben, die Gelenke, sonst was kaputt gemacht haben. Einfach, weil es nicht richtig benutzt wurde. Und es bringt auch nichts, wenn man mit seinem Auto im ersten Gang mit 150 fährt. Das Auto geht jetzt ziemlich schnell kaputt, der Motor. Wenn du das machst, ich weiß nicht wie schnell, ich kenne mich mit Autos nicht so gut aus, aber es tut dem Motorrad mit Sicherheit nicht gut. Und du kannst es einfach ignorieren und sagen, nee, 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 passt schon, alles gut. Und dann geht der Motorrad kaputt. Oder du kannst mal wahrnehmen, was da passiert, ein bisschen eine Sensibilität entwickeln, was ein Prozess ist. Es ist wirklich ein Prozess, wie wenn du Tennis spielen lernst, wie wenn du irgendeine Sportart lernst, ein Musikinstrument lernst, dann dauert es seine Zeit. Und es bringt auch nichts, tausend Bücher zu lesen, ein Medizinstudium zu machen, wenn du es nicht erfahren hast. Du musst auf den Platz gehen und das Spielen lernen. Du musst hingehen und schauen, was bedeutet es, sich um seine Gesundheit zu kümmern, sich um sein Wohlbefinden zu kümmern und in einen anderen Zustand zu kommen. Was musst du da machen? Du musst es an dir ausprobieren und du musst nach innen schauen. Ich kann dir nur Tipps dazu geben, auf was du achten musst, um das Körpergefühl wieder zu entwickeln. Aber es bringt nichts, tausend Bücher zu lesen. Das ist genau das Gleiche, wie wenn du das Klavier spielen lernst. Du kannst tausend Bücher ein Jahr lang lesen, aber am Ende bist du keinen Schritt weiter und du bist immer noch am gleichen Punkt, wenn du nicht mal anfängst zu spielen. Wenn du anfängst, auf deinen Körper zu achten, anfängst, Dinge zu ändern, sensibler zu werden, dann kannst du zwischendrin vielleicht die Infos immer wiederholen und Gedankenanstöße, um besser darauf hören zu können, um die Tasten besser drücken zu können und vielleicht den Tipp zu haben, dass du den einen Finger da hochnehmen kannst und dann kannst du besser drücken. Was weiß ich. Eben diese Kleinigkeiten zu verbessern, darum geht es dann. Aber das machst du nicht in der Theorie. Das lernst du nicht in der Theorie. Und das ist der Punkt. Jetzt zum Beispiel auch mit dem Cortisonenfall, den ich am Anfang angemerkt habe, jetzt in der Zusammenarbeit, da kann man dann wirklich halt schauen, okay, warum kommt das raus? Und man merkt jetzt halt, wenn man eben nach 20 Jahren das komplett absetzt. So, dann kommt es erstmal wieder raus. Überall. Es kommt raus. Und das sind heftige Schübe und das kann eine sehr unangenehme Zeit lang sein. Aber es bringt nichts, wenn man es weiter ignoriert. Wenn man weiter ignoriert, dass man irgendwas einfach falsch benutzt hat. Man wusste ja nicht, wie man es benutzt. Niemand hat eine Bedienungsanleitung erstmal zu seinem Körper durchgelesen und geschaut, wie man die benutzt. Und das zeigt einem keiner. Deshalb zeige ich es dir jetzt vielleicht, wenn du da Lust drauf hast. Und dieser Blick hinter die Fassade, wie gesagt, man weiß häufig gar nicht, wie viel das ist. Und man sieht es dann erst. Und zum Beispiel, der Vergleich ist halt auch ganz schön, wenn du ein Haus hast, okay, du hast dein Haus und du hast in deinem Haus, so, jetzt mal hier nach hinten gehend, hast du hier einen Schrank stehen, so, hier, du hast einen Schrank in deinem Haus stehen und hier nach hinten geht der Flur. Das Haus ist jetzt mal sinnbildlich für deinen Körper, für dein Körperhaus, wie du es nennen machst, es entspricht dem nur. Dein Körper ist kein Haus, wir wissen alle, dass es anders ist, es ist ein bildlicher Vergleich. Und dieser Blick hinter die Fassade ist halt auch, dass du mal in deine Schränke schaust und die meisten werden feststellen, was jetzt zum Beispiel auf der körperlichen Ebene einhergeht, wenn du mal fastest, dann öffnen sich hier diese Schranktüren, hier, die öffnen sich und hier ist vielleicht, ja, hier ist ganz viel Müll. Hier ist ganz viel Müll in den Schrank und das kommt jetzt hier raus. Das kommt jetzt hier raus beim Fasten. Das passiert. Und du wirst feststellen, dass manche Menschen, wenn die fasten und mal längere Zeit nichts essen, dann passiert da nicht so viel, weil der Körper hat einfach nicht so viel Müll in diese Schränke gestopft. So viel Zellmüll, der da eingespeichert ist im übertragenen Sinne. Und wenn du aber jetzt mal ehrlich bist, zum Beispiel mal fastest, zum Beispiel dir mal einfach Ruhe nimmst, ein paar Tage, dann fängt der Körper an aufzuarbeiten, was er einfach mal auf Seite tut, weil der Körper ist ja schon recht clever, der probiert immer den Gang hier frei zu halten. Weil dann ist das System noch einigermaßen in Fluss. Aber natürlich, wenn in den Zellen so viel Müll eingelagert ist, dann wird halt alles irgendwann immer träger und alles funktioniert immer schlechter. Dann wird man vielleicht immer träger vom Körper her und es fällt alles ein bisschen schwerer, wenn diese Schränke vollgemüllt sind. Vielleicht biegt sich irgendwo auch mal die Decke durch da und es funktioniert einfach alles nicht mehr so gut. Und das ist eben dann der springende Punkt und das passiert. Und da muss man sich halt entscheiden. Und es ist wunderschön zu sehen, dass immer mehr Leute aufwachen und merken, okay, es bringt ja nichts. Okay, ich kann jetzt wegschauen, aber das ist wie wenn ich von einem Hochhaus springe und da immer mehr falle und ich falle und ich falle. Und ich kann sagen, ah, ist alles gut und ich schaue nach oben und fallen ist nicht schlimm. Aber irgendwann klatschst du auf den Boden auf und wenn du keinen Fallschirm hast, ja, dann geht das Ganze nicht so gut aus. Und das ist eben auch der Punkt, die meisten sagen, nee, nee, passt schon. Mir geht es ja gut. Aber was möchtest du? Möchtest du Wahrheit? Möchtest du hinter die Fassade schauen? Möchtest du wissen, wie es funktioniert? Möchtest du wirklich wissen, in was für einem Zustand dein Körper sein kann und gerade ist und auch deine ja, deine Psyche, deine Emotionen, was für ein Zustand du bist, traust du dich überhaupt diese Themen, die du vielleicht auch jahrelang weggedrängt hast, anzuschauen? Das merkt man nämlich auch, wenn man sich auf den Weg begibt und sich wirklich die Dinge mal anschaut. Es tauchen plötzlich auch Erinnerungen auf. Und normalerweise, wenn du dich an was nicht erinnerst in deinem Leben und es geht bis in die Kindheit, es geht bis zu deiner Geburt zurück, dann hast du es einfach nicht verarbeitet. Und es ist auch gut, dass man das dann erst mal beiseite gelassen hat, weil man es gerade in dem Moment nur nicht verarbeiten konnte. Aber wenn man jetzt Schritt für Schritt in einen anderen Zustand kommt, sich wieder in einen anderen Zustand bringt, dann tauchen solche Sachen auch mal wieder auf. Das ist nichts, was man erzwingt, aber das passiert halt dann einfach. Man kann plötzlich Dinge verarbeiten, man kann in Situationen klarkommen, die man früher vielleicht sich nie hätte denken können, dass man das kann. Und genauso kommt der Körper in einen anderen Zustand. Die Wundheilung, die Regenerationszeit beim Sport, du wirst merken, du bist wesentlich leistungsfähiger, du brauchst nur ein paar Stunden Schlaf, das kommt dann eben auch auf die Umgebungsbedingungen an. Das dauert natürlich, bis man da hinkommt. Aber du wirst merken, der Körper kann in einen ganz anderen Zustand kommen. Es kann auch reichen, drei Stunden zu schlafen, vier Stunden zu schlafen, ohne dass man dann kaputt ist und irgendwann eben auf Kosten von seiner Gesundheit. Sondern nein, der Körper ist einfach nach drei, vier Stunden wieder quick lebendig, weil man ihn richtig benutzt, weil man ihn nicht im ersten Gang fährt bei 100. Deshalb kann man auf einem ganz anderen Level fahren, weil der Widerstand aus dem Körper immer mehr rausgeht. Und der Punkt ist eben, wenn man mal fastet dann zum Beispiel, wenn man mal sich diese Sachen anschaut, dann sieht man, okay, das kommt jetzt alles raus und dann denkt man sich, oh, jetzt fühle ich mich erst mal schlechter. Aber es war ja jahrelang verdrängt. Und jetzt muss man als zweiten Schritt, wenn sich das löst, das Ganze dann rausbekommen und verarbeiten. Es bringt nichts, nur das zu lösen und dann ist es im System und man hat wieder diese alten Energien, diese alten Gefühle, die da auftauchen. Diese alten Emotionen, die man sonst hatte. Und genauso diese alten Giftstoffe, die wirklich dann auch körperlich wieder ausgeschieden werden, wie auch das Cortison. Und das kommt dann halt eine Zeit lang und es können wirklich heftige Schübe sein, aber dann die Haut gerade, das ist sowas, wo wirklich recht schnell besser wird. Es sei denn eben, man hat da wirklich eine längere Hintergrundgeschichte, wo man wirklich über 20 Jahre gewisse Mittel draufgeschmiert hat oder genommen hat. Aber ansonsten kann das bei der Haut sehr schnell gehen. Das innere Gewebe, wo es dann so ein bisschen an die tieferen Schichten geht und auch an die Organe, das sind dann Prozesse, die einfach dann länger dauern. Aber es ist wirklich super spannend zu sehen, was da einfach möglich ist. Und wenn man wirklich mal offen hinschaut, dann erfährt man von vielen, wenn man mal einen Blick hinter die Fassade wagt, dass solche Sachen, all diese chronischen Krankheiten, muss man sich nur mal überlegen, woher kommen die denn her? Es ist nicht so, wie bei einem Infekt. Ein Infekt ist was anderes. Ein Infekt kann dein Körper auch, wenn du in einem guten Gesundheitszustand bist, viel schneller, viel besser händeln. Ist für ihn kein Problem, Immunsystem ist top. Aber chronische Krankheiten, die sind nicht durch irgendeine Attacke von außen entstanden. Das ist jetzt nur mal logisch überlegen. Dieser Körper hier ist komplett auf Gesundheit programmiert. Und wenn du ihn nicht falsch benutzt, wenn du nicht zum Beispiel wie beim Auto im ersten Gang immer fährst, bei 100, dann machst du den Körper auch nicht kaputt und dann hält er auch ein Leben lang. Und dann halten auch alle Organe, alle Gelenke ein Leben lang, ohne Probleme, ganz leicht. Und das kann man wieder selber im eigenen Leib spüren, wenn man sich wieder der Option 2 widmet und sich nichts vormacht und einfach die Realität ignoriert. Das ist die Sache. Du kannst die Realität ignorieren und kannst sagen, ja, ist jetzt kratsch, was der da vielleicht redet. Aber schau dir doch mal offen und ehrlich an. Kleine Studie hierbei erwähnt. Und an 200, um die 60 Tage, 240, 260 Tage nimmt ein Durchschnittserwerbstätiger in Deutschland Medikamenten ein. Also eine Tagesdosis Medikamente, verschreibungspflichtige Medikamente. An 265 Tagen von 365 Tagen im Jahr. Über zwei Drittel nimmt ein Durchschnittserwerbstätiger Medikamente ein. Das heißt, er wird nur am Leben gehalten. Die meisten werden tot, wenn es die Medikamente nicht geben. Aber damit wird man auch nur künstlich am Leben gehalten. Du hast eigentlich ein Gerät, das du falsch benutzt und probierst dann irgendwo noch was zu reparieren künstlich, das sich eigentlich komplett von alleine regenerieren kann, wenn du, weil es eben ein lebendiger Organismus ist, dein Körper, wenn du ihn wieder richtig bedienst. Wenn du die richtige innere Haltung hast und die richtigen Dinge tust wieder. Was vielleicht auch manchmal heißt, hey, okay, man muss vielleicht mal aus einer Komfortzone rausgehen mit Zeit lang, man muss vielleicht ein paar Gewohnheiten ändern, Dinge, die auftauchen, die man sonst verdrängt hat, mal rauslassen, verarbeiten, anschauen. Aber dafür geht man wieder in die richtige Richtung. Und wenn du wieder die richtige Richtung hast, da ist es auch nicht wichtig, dass du jeden Tag unglaublich viel machst, sondern Schritt für Schritt, das ist egal, wenn du eine lange Reise hast, du kommst ganz gemütlich gehen. Du weißt, in welche Richtung du gehst und dann dürfst du noch nicht wieder ständig umdrehen und das passiert halt häufig. Gerade weil man immer wieder in diese alten Muster durch Freunde, Familie, Gesellschaft gedrängt wird und man sich dann keinen klaren Fokus hat, keine Stabilität oder keine Gruppe, keine Kontakte aufgebaut hat, die vielleicht sich ähnlich wieder in eine andere Richtung entwickeln wollen und auch mal hinter die Fassade schauen möchten und sich nicht einfach nur wieder was vormachen möchten, das Leben lang Medikamente nehmen, nicht richtig fit zu sein, nicht mehr wirklich mit seinen Enkelkindern zu spielen, nicht mehr mit seinem Sohn richtig spielen zu können, weil man da schon Knieschmerzen hat. All diese Dinge nicht mehr richtig machen zu können, was das bedeutet, muss man sich mal überlegen. Und in dem Moment, wo du das jetzt vielleicht siehst, denkst du dir vielleicht, ja, stimmt schon, ich hab ja eigentlich auch so meine Themen und dann vergisst man's wieder schnell und dann ist abends halt doch wieder so gemütlich auf der Couch und schnell hat man sich wieder alte Gewohnheiten geschaffen, den Fernseher angeschaltet und dann ist Ruhe. Aber woran bringt's? auf Dauer? Man hat nie wirklich gelebt. Wie richtig das Leben wahrgenommen? Wie viele Stunden am Tag bist du wirklich glücklich? Ohne Irritation, 24-Stunden-Segment, ein Tag. Und wie hat sich das entwickelt? Wie glücklich warst du 24 Stunden am Tag als Kind? Wie glücklich bist du heute? 24 Stunden ein Stück gesehen. Okay, gestehe dir das wirklich ehrlich mal? Das ist die Frage, die du dir selber stellen musst. Wenn du jetzt eben der Typ bist, dass du sagen willst, okay, nee, danke, die Fassade reicht mir, ich möchte die schön bunt anmalen und unten drunter können wir den ganzen Müll runterstopfen, dann kannst du jetzt am besten abschalten. Dann hast du es eh dann geschafft in diesem Video. Aber wenn du ein anderer Typ bist und wirklich einfach wissen möchtest, wie es funktioniert, dann kannst du dir ehrlich die Frage stellen, wie glücklich bist du jetzt? Wie zufrieden bist du jetzt? Wie glücklich warst du als Kind? Ist es besser oder schlechter? Und häufig passiert dieser Unterschied so schleichend, wie bei einem Klassenzimmer, wo die Luft langsam immer schlechter wird und dann kommt in der 6. Stunde der Lehrer rein und macht die Fenster auf und sagt, was ist denn hier für eine Luft? und dann atmest du mal durch und dann merkst du, okay, irgendwo hat er recht. Irgendwie ist die Luft hier wirklich nicht sehr besonders und du merkst, was für eine Situation du eigentlich gekommen bist. Und wenn du zum Beispiel dir jetzt mal was umstellst, die Ernährung, so ganz langsam Schritt für Schritt, man muss auch da wissen, was man macht, also lese am besten mal die Schriften von Erich, bevor du daraus umstellst und bei den Schriften von Erich zum Beispiel sind auf meiner Webseite verlinkt, kannst du hier kostenlos runterladen beziehungsweise auch das Buch kannst du hier kaufen, die Empfehlung ist auf meiner Webseite genau und wenn du es durchliest, das ist 1911 zum Beispiel geschrieben, heutzutage ist der Gesundheitszustand und das Wohlbefinden, wenn du dir Menschen anschaust, auf einem ganz anderen Level und da gibt es wirklich einiges zu berücksichtigen, dass man sich dabei nicht schadet und man muss auch wirklich das Ganze immer ganzheitlich sehen. Es ist nicht das Gleiche, wenn du 20 bist oder wenn du 50 bist und die Ernährung umstellst. Es ist nicht das Gleiche, wenn du in der Stadt lebst oder auf dem Land lebst. Es ist nicht das Gleiche, wenn du 20 Jahre Medikamente genommen hast oder wenn du nur ab und zu mal in deinem Leben Antibiotika genommen hast, was heutzutage ja jeder eigentlich hat oder mal nur eine, in Anführungszeichen, Blinddarmoperation gehabt hast, Polypen, Mandeln oder sonstige Geschichten, was heutzutage ja jeder irgendwas davon hat eigentlich. Zähne, die Füllungen, Amalgam vielleicht. Es gibt so viele Punkte, die dabei zu beachten sind. Auch wie viel du dich bewegt hast, auf was für einer Arbeitsstelle warst du, hattest du irgendwelche chemischen Mittelchen, denen du ausgesetzt warst, warst du Lackierer oder sonst was. Es gibt so viel zu beachten individuell und bevor du loslegst, lass uns da gerne mal einfach sprechen. Ein kostenloses Erstgespräch machen, findest du auch unten drunter einen Link, findest du auf meiner Webseite und dann können wir einfach mal schauen, wie deine Situation ausschaut und wo du hin möchtest, auch wirklich und ob wir dir bald dabei helfen können. Ja, genau. Und das ist aber eigentlich der Punkt. Fassade oder Blick hinter die Fassade. Was möchtest du? Was möchtest du in deinem Leben? Möchtest du noch mit deinen Enkerkündern spielen können? Möchtest du noch fit, vital sein, auch im Alter? Und möchtest du auch zufrieden, glücklich sein, emotional, stabil, ausgeglichen, eine innere Stärke haben, egal was für eine stressige Situation in Anführungszeichen kommt, weil Situationen sind nie stressig, das ist das, was in dir passiert, möchtest du ganz gelassen durch jede Situation gehen in deinem Leben? Das ist die Frage, wo du dir stellen solltest. Dazu muss man sich vielleicht auch mal unangenehmen Wahrheiten stellen eine Zeit lang, aber es lohnt sich. Also lass uns da gerne mal sprechen, wenn du das möchtest und schauen, wie das bei dir aktuell ausschaut, wo du hinmöchtest. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Zeit und mach dich sehr gerne auf eine wunderbare Reise, auf ein Abenteuer. Entdeck dieses Abenteuerleben wieder. Entdeck wieder, was du machen kannst, wie du leben kannst, wie du strahlen kannst, wie glücklich du eigentlich sein kannst. Und dann siehst du, was wirklich möglich ist. Ja. Und das wünsche ich mir für dich und für jeden Menschen auf der Welt. Und deshalb... Du hast alles in der Hand. Du kannst machen, was du möchtest. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag. Je nachdem, wann du das Video schaust und mach's gut. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020